Ja hallo Leute, willkommen zu Save the Dogge. Einfache Platin, kostet 1.49, gibt es für PS4 und PS5, 8 Stacks, EU, US, Asien, Japan Version, ist leider kein Cross-Buy, allerdings unterstützt das ganze Cross-Save, das heißt wir machen erst PS4 Version und dann geht es hoch zur PS5 Version. Was müssen wir machen? Wir müssen 70 Sterne einsammeln, denn jeder Stern gibt eine Trophäe. Fangen wir mal an. Vielleicht kennt ihr das, es ist eins von so einer App gewesen, wenn man hier was bestimmt schon mal gesehen, muss man das machen und innerhalb von Sekunden oder so muss man halt halten bis man es geschafft hat. So, wir haben 3 Sterne. Wir müssten ungefähr, ungefähr so 34 Level, wenn wir alles, alle 3 Sterne jeweils bekommen wollen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, hier machen wir am besten, ähm, das? Ne, das glaub ich. Ne, dann machen wir das so, ne? Ich glaub, das müsste gehen. Ich hab mich schon immer gefragt, wie man dieses Spiel spielt, bzw. wie das auf Konsole aussehen würde. Interessant, muss ich schon sagen, interessant. So, wie macht man das denn jetzt hier? Äh, äh, so vielleicht? Ne. Es scheint nicht zu gehen. Kann ich das denn... Kann ich das denn... Kann ich das so machen? Alter, wie soll ich das denn machen? So viel... Alter, wie soll das gehen? So, man kann eine gewisse Linie machen. Ich weiß nicht, mach das mal so. Das geht auch nicht. Was ist denn das? Das ist ja übel schwer. Das soll einfach sein. Das soll einfach sein. Ey! Also echt, ey! Das ist doch scheiße! Wie soll das denn gehen? Also das ist ein schweres Level, ganz ehrlich. Muss schon sagen, das ist ein schweres Level gewesen. Ja, jetzt kommt wieder ein einfaches Level, ist klar. Ja, das klappt. Machen wir es denn mal so. Ja, das klappt. Machen wir es denn mal so. So, mach das. Okay, so geht das. So geht das. Äh? Okay, dann würde mir vielleicht das einfallen. Das klappt sogar. Ja, das ist... Das ist geil. Das ist wirklich geil. Krass, das geht. Wie machen wir es denn mal so. Wie machen wir es denn mal hier? Wir machen hier mal so ein... Ich denke mal so ein... Quadrat... Sollte klappen. Sollte klappen. Ja, sollte klappen. Ja, es klappt sogar. Das klappt. Ähm. 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 Weiß gar nicht. Kann man das eigentlich auch machen? Das würde mich interessieren. Tatsächlich. Das geht auch. Interessant. Das geht auch. Ja, gut. Dann... Dann müssen wir es auch hier so lassen. Nein. Nein. Das geht nicht. Oh. Oh, nee. Das geht nicht. Äh. 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 Das wäre nicht... Was ist, wenn ich das so mache? Was ist, wenn ich das so mache? Äh. So. Ja, ich habe da ein bisschen lehmig gemacht. Aber es hat gehalten. Es hat gehalten. Es hat gehalten. Tatsächlich. Äh. Was ist, wenn ich das mache? Tatsächlich. Das geht. Hat nur zwei Sterne. Wer macht... Wie viele Level gibt es? 80. Wir müssen aber sowieso nur 70 freischalten. Ähm. Guck mal nicht. Guck mal. Alright. Ich werde das nicht verwerfen. Guck mal nicht. Du hast es nicht verruft. So was finde ich? Ne, er fällt direkt runter. Ja, das klappt auch, wenn das so ein bisschen komisch aussieht. Zwei Sterne. Ich dachte, ein Stern. Das wird alles Zweigen erzählt so gemacht. Ja, das könnte... Nein, was mache ich denn? Das könnte easy werden. So, vielleicht klappt das ja. Ja, das klappt. Da bin ich aber überfragt, wie man da drei Sterne kriegen soll, ganz ehrlich. Ja, das könnte easy werden. Das könnte drei Sterne geben. Die schieben die näher nach hinten. Oh, fast wären die durch gewesen. Aber das wird gut. Das könnte easy werden, wenn ich das so mache. Ich glaube nicht. Die kommt von der anderen Seite. Ja, das klappt. Nein. Nein. Nein, das klappt nicht. Ja, das scheint zu klappen. Da scheint irgendwie zu klappen. Da scheint irgendwie zu klappen. Keine Ahnung warum. Da kann ich nicht einfach so einen Schutzwall machen. Oder? Doch, doch. Doch, doch. Kann ich. Wenn ich die Bienen selbst einbaue. Nein, nein, nein. Nein. Vielleicht muss es kleiner sein. Nein, das geht doch nicht. Ja. Es geht. Es geht. Es geht. Ja, es geht anscheinend. Hier bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das klappt. Das klappt. Das klappt. Das klappt. Das klappt. Das ist schön. Das klappt. Äh. So. Dass es dann so hält. Tatsächlich. Das geht. Hat zwar nur zwei Sterne gebrannt. Aber. Macht nichts. Wir müssen ja sowieso nur 70. sicher sind noch 22 stück sowas jetzt schon kriege ich da drüber tatsächlich das geht interessant das geht wie soll das gehen ja das geht so man kann man kann sich eigentlich alles ausdenken man kann das so miteinander finden man muss das nicht so machen das ist irgendwie es kann auch so halten weiß ich ja wie es machen könnten ist eigentlich klappen beide seiten angreifen und dadurch wird er ja nicht nach links oder rechts geschoben sondern man die versuchen es kann sein dass das vielleicht nicht richtig hinhauens probieren kann man es zwei sterne weiß gar nicht da könnte ich eigentlich direkt die bienen einbauen zwei stellen weiß nicht auch mal sowas das ist das ist easy da kann man den hier einbauen nicht da einbauen nicht da einbauen wirklich ich hätte eher gedacht dass das klappt ja das könnte klappen ja das klappt so 67 schon noch drei muss ich noch ein paar level machen das für einstellungen gericht ja wir müssen ja auch nicht viel machen wir müssen ja nur so weit machen dass wir 70 sterne haben und dass wir dann auch durch die platine kommen da ist die safe dog master mehr müsst ihr nicht machen 70 sterne von 150 und es gibt noch weitaus mehr level die wir hier freischalten können 41 bis 40 und da 41 bis 50 glaube ich müsste das dann sein ja ich sag mal so sehr easy platin hat ein bisschen gedauert aber jeder für verklig so